Kann man Allah immer sehen, wenn man will im Paradies und mit ihm reden? Und was das Sehen Allahs anbelangt, es wird überliefert bei At-Tirmidhi, dass die Paradiesbewohner Allah zweimal am Tag sehen, diese Überlieferung ist daiv. Also haben die Gelehrten das beim Allgemeinen belassen, sie können Allahs sehen und niemand wird gehindert daran, Allahs zu sehen. Weil das ist so, als ob wir alle zusammen zum selben Zeitpunkt auf den Mond hochgucken, egal wie groß eine Person ist, werden wir alle den Mond sehen. Und so hat der Gesandte S.A.W. das beschrieben.